Ich liebe es nämlich, mit Menschen unterwegs zu sein und einfach so viel Vertrauen entgegengebracht zu bekommen. Dass man da Sachen erzählt bekommt, am Leben Anteil nehmen darf, Gast sein darf bei Menschen zu Hause und in ihrem Leben. Das ist einfach total besonders. Und dann daraus einen Gottesdienst machen, das im Lichte des Evangeliums deuten, das fände ich einfach richtig cool. Also ich liebe ja Kuchen backen tatsächlich und das konnte ich schon das ein oder andere Mal in der Gemeinde auch einbringen. Und ja, auch zusammen essen, sei es Kaffee trinken, Kuchen essen, das muss einfach immer wieder sein und das macht mir Spaß.